Herzlich Willkommen zu einem neuen Pilates-Video. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam jetzt ein kurzes und knackiges Pilates-Video absolvieren. Wir beginnen in der Stellung des Kindes. Komm hier erst auf den Fernsitz und dann bring dein Gesäß nach hinten, streck deine Arme nach vorne, weit nach vorne, um dass dein Rücken richtig schön gedehnt wird, bis in die Länge gezogen wird und dann leg die Stirn auf der Matte ab. Gib hier jetzt erstmal dein gesamtes Gewicht an die Matte ab. Nimm hier jetzt insgesamt drei tiefe Atemzüge. Wenn du einatmest, hebt sich deine Bauchdecke und beim Ausatmen zieht sich der Bauch langsam wieder nach innen. Mit der nächsten Einatmung hebst du deinen Kopf ein Stückchen an und beim Ausatmen komm in die Vierfüßler-Position. Einatmen, Hohlkreuz, Kopf anheben, Ausatmen, Katzenbuckel, Rücken richtig schön rund machen. Das Ganze noch viermal für vier, drei, zwei und noch einmal. Mit der nächsten Einatmung klappst du deine Zehen um und hebst deine Knie ein Stückchen von der Matte ab, hältst hier kurz und wippst hier so ein paar Mal nach vorne und hinten für fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt ein Ausatmen, Knie wieder nach unten bringen und dann komm jetzt hier auf deine Unterarme und mach mit deinen Händen eine Faust. Und mit der nächsten Einatmung bringst du dein rechtes Bein weit nach oben, das linke Knie steht unter deinem Gesäß. Dann Ausatmen, bring dein rechtes Bein gestreckt nach unten. Hier die Streckung richtig schön bis zum großen Zeh halten, die Länge im Bein halten. Und hier machen wir noch acht Wiederholungen. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Dann halte dein Bein oben gestreckt und dann pulsieren wir jetzt hier insgesamt für sechs Mal. Für sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Halte und mach jetzt hier kleine Kreise mit deinem Bein. Kleine Kreise, erst in die eine Richtung. Und dann wächst die Richtung Kreis in die andere Richtung. Lass dein Bein schön weit oben. Und dann winkel jetzt dein Knie an und mach hier pulsierende Bewegungen nach oben und unten. Und schieb dein Knie richtig schön nach oben. Für neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Behalt deinen Powerhouse weiterhin. Schön angespannt. Bauchnabel zieht nach innen. Noch eine Wiederholung. Und dann streck dein Bein nach hinten aus. Und dann einatmen. Bring dein Bein im Halbkreis zur rechten Seite rüber. Und ausatmen. Heb dein Bein an und mach einen Halbkreis über oben zur anderen Seite. Auch hier der Bauchnabel zieht nach innen. Schultern sind weg von den Ohren. Noch für sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und noch einmal. Und dann schieb dich von hier einmal nach hinten in die Stellung des Kindes. Leg die Stirn auf der Matte ab. Kurz entspannen. Mit der nächsten Einatmung komm nach vorne erst in die Vierfüßlerposition. Und dann stell ein Bein nach dem anderen nach hinten ab. Und komm in die Planke. Hände stehen unter deinen Schultern. Und dann schieb deinen Körper jetzt hier nach vorne und nach hinten. Für zehn. Neun. Acht. Sieben. Der Körper ist in einer festen Linie. Behalt richtig schön die Spannung im Powerhouse. Bauchnabel zieht nach innen. Schultern sind weg von den Ohren. Und die Fersen schieben nach hinten. Noch für vier. Drei. Zwei. Eins. Kurz halten. Und ausatmen. Lass die Knie nach unten sinken. Von hier komm auf deinen linken Unterarm. Und streck dein rechtes Bein weit nach oben aus. Ausatmen. Zieh dein rechtes Knie Richtung Ellenbogen. Einatmen. Wieder strecken. Ausatmen. Zu dir ziehen. Noch für acht. Sieben. Sechs. Auch hier richtig schön das Bein gestreckt lassen. Bis zu deinem großen Zeh. Die Fußzehen pointen. Das Ganze noch für drei. Zwei. Und eine letzte Wiederholung. Dann lass dein rechtes Bein weiter in oben. Und mach hier zehn kleine pulsierende Bewegungen. Für zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und dann bring dein rechtes Bein wieder nach unten. Wir wechseln die Seite. Komm auf deine Unterarme. Und bring jetzt deine Hände in Gebetshaltung vor dir zusammen. Dann achte darauf, dass dein rechtes Knie ungefähr unter deiner rechten Hüfte ist. Und mit der nächsten Einatmung bringst du jetzt dein linkes Bein gestreckt nach oben. Und ausatmen. Wieder nach unten bringen. Einatmen. Anheben. Ausatmen. Nach unten bringen. Das Ganze für acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und noch einmal. Und dann das Bein oben halten. Und mach hier sechs pulsierende Bewegungen. Für sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Dann lass dein Bein weiter in oben. Und von hier machen wir kleine Kreise mit deinem linken Bein. Schöne kleine Kreise. Läsende Bewegung machen. Und auch hier dein Bauch ist fest. Bauchnabel zieht nach innen. Dann wechsel die Richtung. Kreis in die andere Richtung. Dann winkel dein Knie an und schieb dein Knie nach oben und unten. Mach hier so kleine kickende Bewegungen nach oben und unten. Das ist besonders gut für die Oberschenkelrückseite und die Pormuskulatur. Das Ganze noch für fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bring dein linkes Bein wieder gestreckt nach oben. Und dann mach jetzt hier Halbkreisbewegungen mit deinem Bein weit zur linken Seite. Und dann über einem Halbkreis rüber zur rechten Seite. Das Bein bleibt richtig schön gestreckt. Und wenn du die Halbkreisbewegungen machst, hebst du dein Bein schön weit nach oben an. Noch für fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Von hier schieb dich nochmal kurz nach hinten in die Stellung des Kindes. Nimm einen tiefen Atemzug. Mit der nächsten Einatmung kommst du nach vorne und kommst hier erst wieder in die Vierfüßlerposition und steigst dann nach hinten in die Planke. Halte hier kurz. Und dann machen wir hier fünf Leg Lifts auf der rechten Seite. Mit der nächsten Einatmung hebst du dein rechtes Bein nach oben an. Ausatmen und dann nach unten bringen. Für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Dann halten. Hier wieder wippende Bewegungen nach vorne und hinten machen. Für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und Leg Lift auf der linken Seite. Für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und dann bringen die Knie nach unten noch einmal nach hinten schieben in die Stellung des Kindes. Bringen die Hände weit nach vorne. Eine Anspannung loslassen. Und dann wandere von hier mit deinen Händen einmal rüber zur linken Seite. Dehne und öffne deine rechte Körperseite. Und von hier wandern im Halbkreis über vorne rüber zur rechten Seite. Auch hier tief in deine Körperseite ein- und ausatmen. Komm zurück zur Mitte. Und von hier zieh dein linkes Knie nach vorne in die Pigeon Pose. Die Taube richtet dich im Oberkörper auf. Rechtes Bein schiebt nach hinten. Und dann ausatmen. Beug dein Oberkörper nach vorne. Du kannst mit deinen Händen ein kleines Polster machen. Deine Stirn drauf ablegen. Nimm hier zwei tiefe Atemzüge. Auf der nächsten Einatmung schiebst du dich nach hinten zurück in die Planke. Und dann zieh dein rechtes Knie nach vorne Richtung Brust. Und das Schenkel auf der Matte ablegen. Für die Taube. Erst den Oberkörper wieder gut aufrichten. Tief einatmen. Und dann ausatmen. Und bring deinen Oberkörper langsam nach vorne. Gib auch hier dein ganzes Gewicht an die Matte ab. Und nimm die Dehnung, die Öffnung deiner Hüfte wahr. Dann atme ein und komm langsam wieder nach oben. Und schwing dein linkes Bein einmal herum. Und komm in eine aufrechte Sitzposition. Leg hier einmal deine Handrücken mit den Handinnenflächen nach oben. Auf deine Knie ab. Schließ für einen kurzen Moment deine Augen. Dann nehmen wir jetzt hier gemeinsam noch zwei tiefe Atemzüge. Tief einatmen. Und lösend ausatmen. Noch einmal tief durch die Nase einatmen. Und beim Ausatmen deinen Mund ganz leicht öffnen. Und lösend ausatmen. Atme nochmal ein. Bring die Arme gestreckt um die Seite weit nach oben. Bring hier die Handinnenflächen zusammen. Hebe deinen Kopf leicht an. Und dann atme aus. Und bring die Hände vor deinem Herzen zusammen. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe sehr, dass dir das Workout gut getan hat. Dir gefallen hat. Hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar. Und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal hier wieder auf der Matte sehen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder auf der Matte sehen. Und ich freue mich, wenn die Nachfrage etwas passiert.